Mein Name ist Felix Sandvoss, bin seit 19 Jahren bei Hartmann und bin heute in der Funktion als nationaler Verkaufsleiter im Bereich Key Account Homecare zuständig. Ich habe damals mit dualem Studium begonnen. Wichtig war während dem Studium vor allen Dingen der Austausch mit den Abteilungen, die man durchlaufen hat. Dort viel Feedback zu bekommen, zu schauen, was lief gut, was kann man anders machen. Aber sicherlich auch dann die Personalabteilung, wo es einen regelmäßigen Austausch gab, um zu schauen, wie kann man sich weiterentwickeln, was sind die nächsten Schritte. Genau, Vertrieb, Marketing war etwas, was ich dann auch während dem Studium für mich nochmal entdeckt habe. Die Kunden zu begleiten, um hier auf der Customer Journey entsprechend die Kunden zu gewinnen, zu erhalten, weiter für das Unternehmen zu begeistern und das dann in der Praxis zu sehen, umzusetzen, das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Die Frage, was für mich bei Hartmann hält, ist vor allen Dingen insofern leicht zu beantworten, ist es nach wie vor das Unternehmen selber, die Werte, alles was eben mitschwingt, auch das kollegiale Miteinander und nicht zu vernachlässigen der wertschätzende Umgang auch seitens der Führungskräfte mit einem selber. Also ich würde neun Azubis, Studenten nochmal mit auf den Weg geben, dass sie sich unbedingt melden sollen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, wenn Aufgaben verteilt werden, die Hand zu heben und sagen, ja, das mache ich, um sich selber weiterzuentwickeln und neue Bereiche auch kennenzulernen, selber zu wachsen. Aber die Möglichkeiten gibt es und deshalb würde ich das Studium bei Hartmann, das duale System auch weiterempfehlen und nochmal machen.